Aber herrlich, schöner Optik, mitten im Wald, im Kleinwald. Grüß euch! Servus! Genau ein UFO dazu passen, dass der UFO gerade die Reine Kuh holt. Einmal ein UFO wird dann oben sein, im Himmel, und damit so ein Lichtstrahl wird dann die Kuh mitnehmen. Aber es gibt Außerirdische, die sind irgendwo da draußen, ich weiß es. Sie werden uns alle holen! In einem wunderschönen Tal, wo Kühe frei herumgelaufen, fressen, schlafen, eine wunderschöne Aussicht. Was ist das höchste? Ja, total! Gipfelgeiz? Ja! Ich kann nur arbeiten! Was ist mit dem Gipfelgeiz? Der hat ein wunderschöner Kreuz am Berghof, am höchsten Berghof. Am höchsten Berghof? Ja! Gipfelgeiz? Ja! Gipfelgeiz? 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 Ach so, Mama. Hein? Ja, das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Untertitelung. BR 2018